Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Es wird heute wieder fleißig getestet und zwar das Shape Shake 2.0 von Foodspring. Das ist ein Mahlzeitenersatz mit nur schlappen 200 Kalorien und ja, ich war neugierig. Ihr wisst, ich bin keine zarte Elfe, habe in meinem Leben schon so manches Abnehmkonzept, Diätprodukt ausgetestet, habe da so meine Erfahrungen gemacht und ja, manche Mahlzeitenersatzdrinks sind trinkbar, andere habe ich gemerkt, sind absolut ungenießbar und dieses Produkt kommt mit einem, ja, ziemlich stolzen Preis daher und daher hat das mein Interesse doch geweckt. Wir schauen auf die Sättigung, auf die Optik, auf den Geschmack und ich würde sagen, holt euch ein Käffchen und auf geht's. Zum Kennenlernen, sehr praktisch, gibt es dieses Probierpaket. Das habe ich mir für 24,99 Euro bestellt und für euch natürlich unten verlinkt, falls ihr interessiert seid. Geliefert wird es in so einem praktischen Aufsteller, dann fliegt auch nichts durch die Küche und runtergerechnet kostet die Portion dann eben 2,50 Euro. Ja, wir haben zehn Tütchen, ein paar sind doppelt dabei. Wir haben zweimal die Sorte Vanille drin, zweimal Cookies and Cream und ebenfalls zweimal Schokolade und die restlichen Sorten sind dann nur noch einmal enthalten. Da hätten wir dann Erdbeere, weiße Schokolade Mandel, Schoko Erdnuss und abschließend noch Kokos Crisp. Wie die Sorten schmecken und ob sie auch eine gute Sättigung bringen, das erzähle ich euch jetzt. In den Test gestartet bin ich mit der Sorte Vanille und ja, so sieht das Pulver aus. 60 Gramm ist schon eine ordentliche Menge und das Ganze wird jetzt angeschakt mit 350 Milliliter Wasser. Das hat schön klümpchenfrei auch funktioniert und war zunächst relativ flüssig. Am Mittag auf der Arbeit war das aber schon ein bisschen angedickt. Da hat man gemerkt, dass da einiges aufgequollen ist und ja, ich kann sagen, die Sättigung war wirklich gut, aber dazu gibt es am Ende nochmal ein Gesamtfazit. An Tag 2 ging es mit Cookies and Cream weiter und das Pulver sieht ebenso aus wie am ersten Tag. Nach dem Shaken recht flüssig und im Deckel sehen wir, dass im Shake schon ordentlich Substanz ist, die am Mittag erneut gut aufgequollen ist. Das hatte was von einem sehr flüssigen Pudding und hat auch wieder sehr gut gesättigt. An Tag 3 ging es an die Sorte Erdbeere. Zunächst unauffällig, aber angemixt in einem wunderschönen Pink. Zunächst auch wieder flüssig und am Nachmittag dann ordentlich angedickt. An Tag 4 ging es an die Sorte Schokolade und hier ist alles identisch mit den vorherigen Sorten. Die Kinder in der Kita dachten, ich hätte zum Mittagessen Kakao dabei aufgrund der Farbe und ihr seht, es ist schon echt heftig angedickt, fast wie Pudding. An Tag 5 ging es mit weißer Schokolade und Mandel weiter und der Mandelgeschmack, der kam wirklich sehr gut durch. Auch hier wieder erst flüssig und nach ein paar Stunden etwas angedickt. An Tag 6 ging es an die Sorte Kokos Crisp. Optisch ganz nah an Cookies and Cream und am Nachmittag wieder gut angedickt und den Test abgeschlossen habe ich mit der Sorte Erdnuss Schoko zunächst und scheinbar und am Nachmittag wieder sehr dem Schokoladenpudding ähnlich. Und damit kommen wir zum Fazit. Am Beispiel des Vanilleshakes schauen wir jetzt noch eben auf die Nährwerte. Wenn ihr genauer gucken wollt, stoppt einfach, dann habt ihr alle Zeit, die ihr braucht. Ja, 206 Kalorien, super, super wenig und dafür eine wahnsinnige Sättigung. Ein Haufen Mineralien, Vitamine, Aminosäuren und was nicht sonst noch alles da drin ist und entsprechend aber auch eine ordentlich lange Zutatenliste. Ja, damit haben wir hier natürlich ein hochverarbeitetes Lebensmittel, das sich nach meiner Auffassung nicht für eine dauerhafte Ernährung eignet und auch auf gar keinen Fall eine ausgewogene Ernährung ersetzt. Aber, da kommt das heiß begehrte Aber. Jetzt gibt es mein Feedback und René hat auch ein paar Sorten getestet. Geschmacklich gehen die Sorten alle vollkommen klar. Die sind nicht übersüßt, hemmen aber sehr die Lust auf etwas Süßes im Verlauf des Tages und die Sättigung ist der absolute Hammer. Ich habe schon manche Shakes probiert und ich habe bei keinem bisher eine Sättigung erlebt, die vergleichbar ist mit dieser hier. Von daher, wenn man nicht viel Zeit hat, einen stressigen Tag hat, keine Idee hat, was man sich mittags mit zur Arbeit nehmen sollte, bevor man den Lieferdienst ruft, ist das hier definitiv eine gute Alternative. Oder wenn man an einzelnen Tagen das Kaloriendefizit ein bisschen niedriger noch setzen will. Aber, ja, von der dauerhaften Anwendung würde ich abraten. Auch Foodspring selber steht auch nochmal angezeigt, dass eine ausgewogene Ernährung natürlich das A und O im Endeffekt sind. Ja, nichtsdestotrotz ein sehr, sehr schönes Produkt mit gutem Geschmack und mega Sättigung. Ich hoffe, euch hat das Ganze weitergeholfen. Wenn ihr Produkte habt, die ihr gerne mal getestet hättet, dann schreibt mir das. Ich teste es und ihr könnt euch vielleicht den ein oder anderen Euro sparen. Und, ja, in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Filmchen wieder. Und, ja, lasst mir gern ein Däumchen nach oben da. Bis zum nächsten Mal.